Die kleine Seelsorgerei Konflikte Eine Gelegenheit geistlich zu wachsen Von Timothy Lane Zusammenhalten ist das Schwierigste Freunde, Familie, Ehe, Geschäft, Musikbands und so weiter Es ist, als ob man der Schwerkraft Widerstand leistet Die Alternative ist zu vorhersehbar Man befreit den Raum von Streit Man trennt sich von den Menschen aus seinem Leben, die man am meisten braucht Ein Zitat von Bono Aus der Band U2 Niemand von uns lebt in dieser Welt, ohne dass es Konflikte gibt Es ist unvermeidlich Aus diesem Grund ist es sinnvoll, der Tatsache ins Auge zu schauen Dass sie Konflikt haben werden Sich dies einzugestehen, öffnet die Tür dafür Dass Konflikte zu einer erlösenden Gelegenheit werden In Christus zu wachsen 5 einleitende Aspekte Nummer 1 Der vorrangige Schwerpunkt in der Bibel liegt auf dem Thema Konflikte Ein Konflikt an sich ist nicht unbedingt schlecht Vielmehr gibt es eine Art und Weise, Konflikte auszutragen, die Gott gefällt Ein Leitmotiv, das sich von 1. Mose bis in die Offenbarung erstreckt, ist das Leitmotiv des Konfliktes und Krieges Und Gott ist der Krieger Er kämpft gegen die Dunkelheit und das Chaos der Sünde und des Leits Schlussendlich tritt Jesus dem Kampf bei und blutet und stirbt Aber durch seinen Tod und seine Auferstehung tritt er als Sieger über die Mächte der Dunkelheit hervor Er macht den Weg frei, damit Feinde wie wir Vergebung erfahren und mit ihm versöhnt werden Und dann lädt er uns ein, uns ihm im Kampf anzuschließen Epheser 6, die Verse 10 bis 20 Uns wird versprochen, dass Jesus eines Tages zurückkehren wird Nicht auf einem Esel reitend, wie bei seinem ersten Kommen, sondern auf einem weißen Hengst Er wird kommen, um sein Erlösungswerk ein für alle Mal von Konflikten zu befreien Jakobus 1, die Verse 2 bis 4 sagt, dass Anfechtungen eine Chance sind, um zu wachsen Die meisten von uns denken, dass ein Konflikt etwas ist, das man vermeiden sollte Aber ein Konflikt ist eine Anfechtung, die uns die Möglichkeit gibt, enorm zu wachsen In der Tat sagt Jakobus, dass wir ohne solche Anfechtungen unreif und unvollständig bleiben werden Und dass es uns an vielen gottgefälligen Charaktereigenschaften mangeln wird Obwohl Konflikte selten Spaß machen, sollte man sie als Chance sehen, in der Gnade zu wachsen Nummer 3 Die Person, mit der sie im Konflikt stehen, ist für einen göttlichen Zweck da Wenn ein Konflikt heftig ist, kann es schwer sein, diesen Gedanken zu akzeptieren Aber die Wahrheit bleibt bestehen Gott, der souverän, liebend und weise ist, schickt Menschen in unser Leben, damit er auf eine Art und Weise in uns arbeiten kann, die nur in einem Konflikt möglich ist Sich daran zu erinnern, beschützt uns davor, die Person, die mit uns im Konflikt steht, zu verteufeln Selbst wenn die Person wirklich böse ist und mutwillig sündigt, sollen wir zwar weise sein Doch wir dürfen denjenigen nicht verteufeln, abschreiben oder als jenseits der Reichweite von Gottes erlösender Gnade betrachten Nur Gott hat hier den Überblick Nummer 4 Es wird Zeiten in einem Konflikt geben, in denen sie in eine Sackgasse geraten Realistisch zu sein, verringert nicht ihre Verantwortung Aber es erinnert sie daran, dass nicht jeglicher Konflikt diesseits von Christi Rückkehr gelöst wird In Apostelgeschichte 15, die Verse 36 bis 41, waren Paulus und Barnabas unterschiedliche Meinungen darüber, ob Johannes, der Markus genannt wird, sie auf Pauluses zweiter Missionsreise begleiten sollte Barnabas und Markus gingen gemeinsam ihres Weges, während Saulus und Silas in eine andere Richtung gingen Es wird Zeiten geben, in denen auch sie in ihrer Fähigkeit, sich mit anderen zu versöhnen, eingeschränkt sein werden Wir sollten dies nicht als Entschuldigung gelten lassen, aufzuhören, zu versuchen, unsere Differenzen zu beheben Es erinnert uns allerdings daran, dass wir in unserer Fähigkeit, andere zu verändern, eingeschränkt sind Ohne diese Gewichtung bagatellisieren sie den Konflikt und begnügen sich mit schnellen Lösungen, die nicht andauern Dadurch vermeiden sie die harte Arbeit der gottesfürchtigen Selbstprüfung, wo Gott sie wachsen sehen möchte Wenn sie an der Oberfläche bleiben und vermeiden, sich selbst ehrlich zu betrachten, umgehen sie die Zentralität des Evangeliums und ihr Angewiesensein auf Christi Gnade Konflikte und Jakobus 4 Keine andere Textstelle in der Bibel diagnostiziert die Ursache von Konflikten so wie Jakobus 4 und verweist auf die entsprechende Lösung Sie betrachtet die unschöne Schattenseite von Konflikten, aber sie quillt auch über mit Optimismus und zeigt uns einen heilbringenden Gott, der seinen Kindern unaufhörlich nachgeht Wenn sie diese Textstelle durchlesen, werden sie feststellen, dass sie Fragen beantwortet, die man inmitten von Konflikten nach Antworten sucht Diese Antworten sind nicht immer das, was wir hören wollen, aber sie sind genau das, was wir hören müssen Die Ursache für gottlose Konflikte Rob konnte sehr ungeduldig mit seiner Frau und seinen Kindern sein, besonders am Ende eines anstrengenden Tages Wenn er von der Arbeit nach Hause kam, sehnte er sich danach, den Belastungen des täglichen Lebens zu entkommen Auf der Arbeit machte er gerade eine schwierige Veränderung durch und war beunruhigter als üblich Schlaflose Nächte forderten auch ihren Tribut Eines Abends war Rob auf einen ruhigen Abend ohne Störungen eingestellt Aber als er zur Tür hereinkam, waren mehrere seiner Kinder in einem Streit verwickelt Das Telefon klingelte und seine Frau war sichtlich verärgert, dass er zu spät kam An der Stelle geriet alles aus den Fugen Rob begann seine Kinder anzuschreien Ich habe dieses Chaos und diesen Lärm satt, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme Alles, was ich verlange, ist ein bisschen Ruhe und Frieden Mit einem Blick zur Frau sagte Rob, ich muss hier raus Ich komme nicht zurück, sobald ich mich beruhigt habe und du dieses Haus in den Griff bekommst Bis dahin rede ich nicht mit dir Als Reaktion über die Art und Weise, wie sie von Rob behandelt worden war, wurde seine Frau Nida völlig verbittert Hier sind zwei Menschen, die in einen Konflikt verwickelt sind und es auf sehr unterschiedliche, aber gleichermaßen gottlose Weise regeln Rob ist aggressiv in seinem Zorn Nina verhält sich passiv und schwankt zwischen Rückzug von Rob und dem Versuch, ihn durch alles Mögliche glücklich zu machen Sie hat zunehmend genug davon, es zu versuchen Was stimmt hier nicht? Manche mögen sagen, dass weder die rechtmäßigen Bedürfnisse von Rob noch von Nina gestillt werden Deshalb streiten sie Die Lösung wäre in diesem Fall ihnen zu helfen, die Bedürfnisse des jeweils anderen zu stillen Um diese Art von Krieg zu vermeiden Rob hat ein Recht auf ein sauberes und ruhiges Haus Und Nina hat ein Recht auf Respekt und höfliche Behandlung Was diese Diagnose und dieses Heilmittel knifflig macht, ist Dass sie an der Oberfläche der Wahrheit kratzt, aber nicht tief genug geht Was würden Sie sagen, ist das Problem? Wie würden Sie Rob und Nina helfen? Das eigentliche Problem Die richtige Diagnose Jakobus 4 beginnt mit der Diagnose des eigentlichen Problems und führt dadurch zu einem authentischen Ergebnis Jakobus rückt dem wahren Problem in den Versen 1 bis 3 direkt zu Leibe Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen, ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht Aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt Weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört Weil ihr in verwerflicher Absicht bittet Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen Jakobus stellt die offensichtliche Frage Warum streitet ihr? Seine Antwort ist das Gegenteil dessen, was wir oft sagen Er sagt, das Problem liegt im Inneren jeder Person Er redet nicht über die Umstände jeder Person Sondern vielmehr darüber, was im Herzen jeder Person vor sich geht Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt Außen herrscht Krieg, weil innen Krieg herrscht Irgendetwas ist jeder Person so wichtig geworden Dass jeder alles Erforderliche tun wird, um es zu bekommen Was er oder sie will Wie oft haben sie schon gesagt Ich wäre geduldiger, wenn du tun würdest, was ich sage Jakobus sagt, das wahre Problem ist Dass ein Wunsch nach etwas Sich von einem einfachen Wunsch Zu einem egozentrischen, sündigen Verlangen gesteigert hat Ein einfacher Wunsch nach einem ruhigen Zuhause Hat sich in ein sündiges Verlangen Nach einem ruhigen Zuhause verwandelt Wenn Rob nicht bekommt, was er will Ninas einfacher Wunsch nach einem einfühlsamen Ehemann Hat sich in ein sündiges Verlangen verwandelt Ironischerweise bekommt keiner, was er oder sie will Stattdessen verschärfen beide das Problem Auf diese Weise blendet und versklavt uns Sünde Während wir uns in dem Netz verheddern, das wir gewebt haben Nachfolgend finden sie einige typische Wünsche Die zu alles Verzehrenden verlangen werden Bequemlichkeit Ich verdiene ein bisschen Ruhe und Entspannung Und will und muss sie haben Und du sollst mich lieber nicht daran hindern, sie zu bekommen Anerkennung Ich verdiene deine Anerkennung und will und muss sie haben Und du solltest sie mir lieber geben Erfolg Ich verdiene es, erfolgreich zu sein Und will und werde alles tun, um es zu erreichen Macht Ich verdiene Macht Und will und werde alles tun, um sie zu bekommen Die meisten von uns artikulieren unsere egoistischen Wünsche nicht ganz so Aber unser Verhalten spricht Bände Drei gottlose Vorgehensweisen Unterschiedliche Menschen verwenden unterschiedliche Vorgehensweisen, um zu bekommen, was sie wollen Die selbe Person kann auch unterschiedliche Vorgehensweisen zu unterschiedlichen Zeiten verwenden Hier sind drei typische Verhaltensweisen, die zum Einsatz kommen können, um unsere egoistischen Wünsche zu befriedigen Gewinnen Diese Vorgehensweise wird normalerweise von Menschen gewählt, die Macht, Erfolg oder Komfort schätzen Diese Person hasst Versagen, Unbequemlichkeit und Kontrollverlust Gefallen Diese Vorgehensweise wird normalerweise von Menschen bevorzugt, die Anerkennung brauchen Sie neigen dazu, schnell zuzustimmen und haben Schwierigkeiten, Nein zu sagen, weil sie Ablehnung fürchten Sie sind oft überengagiert Vermeiden Die meisten von uns finden ein wenig von uns selbst in allen wieder In unterschiedlichem Ausmaß Eine Vorgehensweise mag in ihnen ausgeprägter sein als die anderen Wenn sie sich selbst wiedererkennen, sind sie bereit, das Heilmittel zu erkennen, das Jakobus anbietet Das Heilmittel Geistlich wachsen im gottesfürchtigen Konflikt Schritt 1 Selbstprüfung Jakobus Kapitel 4 Die Verse 1 bis 3 Bevor sie mit der Heilung beginnen können, müssen sie die Krankheit diagnostizieren Der Unterschied zwischen gottlosem und gottesfürchtigem Konflikt beginnt mit der Fähigkeit, den Balken in ihrem eigenen Auge zu sehen Dies schließt sowohl das Herz als auch das Verhalten mit ein Warum ist dies so wichtig? Die Antwort befindet sich in den Versen 2 und 3 Vers 3 sagt, dass diese gottlosen, herrschenden Wünsche ihre Liebe für Gott verfinstern Vers 2 sagt, dass sie versäumen, ihren Nächsten zu lieben Wenn gottlose Wünsche vorherrschen, brechen sie das erste und das zweite größte Gebot Diese schwerwiegende Sünde liegt ihrem Konflikt zugrunde Frage Nummer 1 Was will ich im Augenblick mehr als Christus? Und wie handle ich, um es zu bekommen? Schritt 2 Betreiben sie intelligente Buße und Glauben Jakobus 4, die Verse 4 bis 6 und Vers 8 Sobald sie die harte Arbeit der Selbstprüfung Ein Werk der Gnade an sich Erledigt haben Sind sie bereit für die erlösenden Versprechen in Versen 4 bis 6 Diese Verse befähigen uns dazu, unsere Herzen zu reinigen Vers 8 Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich damit als Feind Gottes Oder meint ihr, die Schrift sagt ohne Grund Mit leidenschaftlichen Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er den Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß Es heißt ja in der Schrift Aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahr Vers 4 formuliert um, was die Verse 1 bis 3 in groben Zügen umrissen haben Weil sie etwas wichtiger gemacht haben als Gott, befinden sie sich, geistlich gesprochen, in einer außerehelichen Beziehung Sie sind zu einer untreuen Braut gegenüber ihrem wahren Ehemann, Jesus, geworden Obwohl dies eine negative Beurteilung ist, beachten sie, wie dieser Vers über ihre Beziehung mit Gott spricht Wenn sie zu Jesus gehören, sind sie in einer Ehegemeinschaft mit ihm In gewissem Sinne ist dieser Vers eine Erinnerung daran, wer ihre wahre Liebe und ihr Ehemann ist Er ist auch eine Erinnerung daran, wer sie sind Der, die, geliebte, geliebter Gottes Dies ist nicht aufgrund von irgendetwas, das sie getan haben, der Fall Sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit und Gnade Diese Verse rufen sie dazu auf, sich an ihre wahre Identität zu erinnern Darüber hinaus sagt Vers 5, dass, wenn sie abweichen, Gott ein eifersüchtiger Liebhaber ist Der nicht zulassen wird, dass sie ihre Liebe und Zuneigung mit einem anderen teilen Er schickt seinen Geist, um die Hingabe ihres Herzens zurückzugewinnen Und schenkt ihnen dann noch mehr Gnade, wenn sie sich demütigen Jakobus sagt, dass sogar Gottes Kinder von ihrer Liebe und Hingabe zu Gott abweichen können Dennoch, wenn sie dies tun, liebt er sie so sehr, dass er nicht dasitzen und es dulden wird Er macht sie nicht fertig und richtet sie Stattdessen geht er ihnen mit einer heiligen Liebe nach Sodass sie in demselben Moment, in dem sie untreu sind, von seiner Liebe für sie gefesselt werden Was hat dies mit intelligenter Buße und Glauben zu tun? Wenn sie sich Gottes Liebe für sie in Christus am vollsten bewusst sind Sind sie am bereitwilligsten, die falsche Liebe zu betrachten, die ihre Liebe zu ihm ersetzt hat Sie sind bereit, konkrete Fragen darüber zu stellen, warum sie mit einer anderen Person im Konflikt stehen Sie können anfangen, einige konkrete Fragen über ihre Beweggründe und Verhalten zu stellen Nach innen zu schauen, treibt sie nach außen, um Christus und seine Gnade zu sehen Je glanzvoller seine Gnade wird, desto weniger anziehend erscheinen ihre Gott-Substitutionen Sie fangen an zu bereuen, was Gott von seinem rechtmäßigen Platz in ihrem Leben entfremdet hat Sie glauben und begreifen auch, wie groß Christi Gnade ist Dies ist die Dynamik, die zu bleibender Veränderung führt Jakobus 4, die Verse 7-10 skizziert Wie es aussieht Buße von der Sünde Herz und Hände Beweggründe und Verhalten Zu tun und an Christus zu glauben Ordnet euch daher Gott unter Dem Teufel widersteht Dann wird er von euch ablassen und flehen Sucht die Nähe Gottes Dann wird er euch nahe sein Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen Klagt über euren Zustand Trauert und weint Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden Aus eurer Freude Bestürzung und Scham Beugt euch vor dem Herrn Dann wird er euch erhöhen In Vers 4 rief Jakobus sie dazu auf Buße davon zu tun Etwas in dieser Welt wichtiger für sie zu machen als Gott In den Versen 7-11 ruft er sie dazu auf Sich dem Teufel und noch vorhandener Sünde in ihrem Herzen zu widersetzen Es ist ein Schlachtruf mittels des Geistes Krieg gegen die Welt, das Fleisch und den Teufel zu führen Wenn sie dies tun, werden sie aufgerichtet werden Gott liebt demütige Menschen und er liebt es Die von Herzen demütigen mit seiner Gnade zu überhäufen Frage Nummer 2 Wovon muss ich konkret Buße tun? Wofür muss ich Gnade erbitten? Was hat mein Herz entführt? Und was muss ich über Christus erkennen und glauben? Schritt 3 Berücksichtigen Sie die andere Person Obwohl Jakobus dies nicht ausdrücklich erwähnt Wissen wir, dass ehrliche Selbstprüfung und Buße Uns dazu befähigen, unsere Nächsten in einem besseren Licht zu sehen Wenn sie von gottlosen Wünschen ihrem Nächsten gegenüber beherrscht werden Verblendet sie das Ein reines Herz wird diesen selben Nächsten Zurück für ihr geistiges Auge bringen Immer wenn Gott uns gemäß dem ersten größten Gebot Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen Zu ihm zurückbringt Dann ist es wahrscheinlicher Dass wir auch das zweite größte Gebot befolgen Liebe deinen Nächsten Zum Beispiel ermuntert Petrus in 1. Petrus 3 Die Verse 7 und 8 Ehemänner, ihre Ehefrauen zu lieben Diese Verse richten sich konkret zunächst an Ehemänner Aber er wendet dann den Grundsatz auf alle Gläubigen an Beachten sie, was Petrus sagt Entsprechend gilt für euch Männer Zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll Und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens Genau wie ihr Respektiert und achtet sie also Damit der Erhöhung eurer Gebete nichts im Weg steht Vergeltet Böses nicht mit Bösem Euch alle schließlich fordere ich dazu auf Euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten Seid voller Mitgefühl Liebt einander als Glaubensgeschwister Geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um Petrus ruft Ehemänner dazu auf Mit ihren Frauen verständnisvoll zusammenzuleben Dieses kraftvolle Wort lässt sich am besten mit Sich in den anderen hineinversetzen übersetzen Petrus ermahnt die Ehemänner Mit ihren Frauen so zusammenzuleben Dass sie wissen, dass sie sich respektiert und geachtet fühlen Angesichts dieser Passage zeigt sich Dass der Hauptbestandteil in einem gottesfürchtigen Konflikt Darin besteht, die andere Person zu verstehen Frage Nummer 3 Wenn Sie jetzt mit mir darüber in einem Konflikt geraten Wie ist dann Ihre Empfindung? Ist es eine gute Erfahrung oder eine schlechte? Schritt 4 Bewegen Sie sich in Liebe auf die Person zu Tiefgehende, eingehende Buße und Glauben Befähigen Sie dazu Sie selbst nicht mehr als Mittelpunkt zu sehen Sondern Ihren Nächsten Und zwar mit Augen Die von der vergebenden Gnade Christi gereinigt wurden Sie fangen an, Dinge zu sehen Die sie in ihrer Sünde nicht sehen konnten Sie ignorieren vorhandene Sünde nicht Aber sie beginnen, die andere Person und die Probleme Versuchungen und Schwächen zu sehen Die Bestandteil des Konfliktes sind An dieser Stelle können sie sich dafür entscheiden Zu dienen und nicht bedient zu werden Christi unermesslicher Dienst für sie am Kreuz wird größer Er verändert zunehmend ihr Herz und befähigt sie Der anderen Person zu dienen Viele Passagen führen uns in diese Richtung Wie zum Beispiel 1. Korinther 13 Galater 5, die Verse 22-26 Kolosser 3, die Verse 12-17 Jede dieser Stellen kann Ihnen helfen Darüber nachzudenken, wie Liebe in Aktion aussieht Ein Text, der zeigt, wie Liebe inmitten von Konflikten ausgedrückt werden kann Ist 1. Thessalonicher, Kapitel 5, die Verse 14-18 Weiter bitten wir euch, Geschwister Weist die zurecht, die ein unordentliches Leben führen Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt Helft den Schwachen, habt mit allen Geduld Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit Einander und auch an allen anderen Menschen Gutes zu tun Freut euch, was auch immer geschieht Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen Dankt Gott in jeder Lage Das ist es, was er von euch will Und was er auch durch Jesus Christus möglich gemacht hat Hier gibt Paulus den Thessalonichern pastorale Anweisungen Damit sie sich gegenseitig helfen, in der Gnade zu wachsen Diese wenigen Verse bieten eine praktische Anleitung in ihrem Bestreben Jemandem zu dienen, der im Konflikt mit ihnen steht Liebe warnt jemanden, wenn es zerstörerische Verhaltensmuster gibt Die deutliche Verstöße gegen Gottes Weise und liebevolle Gebote beinhalten Höchstwahrscheinlich drückten sich die in diesem Textabschnitt erwähnten Christen vor der Arbeit Weil sie dachten, das kommendes Herrn stehe unmittelbar bevor Paulus warnt diese Brüder und Schwestern in Kapitel 4, die Verse 11 bis 12 Wenn wir dieses Prinzip auf Rob anwenden, würden wir mit der Tatsache beginnen Dass sein Zorn keine geringfügige Sache ist Sondern ein ernster Bruch des sechsten Geburts Du sollst nicht töten Sein Zorn ist eine Form des Tötens und ein Mangel an Liebe Mit ernsten Konsequenzen für seine Familie Wenn Nina Rob wirklich liebt, wird sie alles in ihrer Macht Stehende tun Um ihm zu helfen, das Ausmaß seines Zorns zu erkennen Wenn sie sich dazu nicht in der Lage fühlt, wird sie andere gottesfürchtige Leute brauchen Die Rob lieben, indem sie ihn anregen, Christi Gnade für seine Sünde zu suchen Immer, wenn ein anhaltendes Verhaltensmuster der Sünde vorhanden ist Verlangt die Liebe von uns Uns mit einfühlsamen Mut und demütiger Entschlossenheit auf die Person zuzubewegen Nina muss vielleicht auch ermahnt werden Wenn sie Rob gegenüber verhärtet und bitter geworden ist Hat sie sich ebenfalls schuldig gemacht, das sechste Gebot gebrochen zu haben Obwohl Rob der Verursacher ist und oft gegen Nina gesündigt hat Steht sie in der Versuchung, nach Rache zu trachten Trösten Sie die Kleinmütigen Liebe tritt an die Seite der Ängstlichen und bringt Ermutigung Sehr wahrscheinlich hat Paulus diejenigen im Sinn, die in ihrem Glauben schwach waren Sie machten sich Sorgen um die Errettung ihrer verstorbenen Angehörigen Und möglicherweise auch um ihre eigene Errettung Wenn sie sich den gesamten erster Thessalonicher Brief anschauen Ist er ein Brief der Ermutigung für diejenigen, die darum ringen Das christliche Leben inmitten erheblicher Schwierigkeiten zu leben Paulus ermutigt sie in Kapitel 4, die Verse 13 bis Kapitel 5, Vers 10 Rob und Nina müssen auf die kraftvolle Gnade Christi, die ihnen geschenkt wurde, hingewiesen werden Sie müssen daran erinnert werden, dass Jesus ein König ist Der nicht aufhören wird, in ihnen zu wirken Bis alles, was ihm entgegensteht, besiegt und ausgeräumt ist Er wird sich mit nichts, außer vollständiger Reife, zufriedengeben Er hat sich dazu verpflichtet, sie zu dem zu machen, was er ist Dies ist die Hoffnung, die Rob und Nina brauchen Während sie an der Bewältigung ihres Konfliktes arbeiten Nehmen Sie sich der Schwachen an Liebe ruft uns manchmal dazu auf Die Hand von jemandem zu halten, der im Glauben wächst Höchstwahrscheinlich bezieht sich Paulus auf Gläubige, die es schwierig fanden, sich von sexueller Sünde fernzuhalten Diese Christen brauchen Hilfe Das Wort helfen kann übersetzt werden mit Sie festhalten, sich an sie klammern oder Diese bildliche Ausdrucksweise unterstreicht den Bedarf nach praktischer Anleitung und Unterstützung durch den langen Prozess der Veränderung hindurch Beachten Sie, dass die Hilfe von Paulus Hilfe Entschlossenheit beinhaltet Aber trotzdem verständnisvoll bleibt gegenüber der Tatsache, dass dies Brüder und Schwestern sind, die einen leichtfertigen Lebensstil geführt haben Sie müssen an den Trost des Evangeliums sowie an seinen Aufruf erinnert werden Nina benötigt andere, die an ihre Seite kommen, während sie sich darum bemüht, Rob zu lieben Rob hat ebenfalls um Hilfe und die Übernahme von Verantwortung gebeten Er will sich ändern, aber er neigt dazu, bei Versagen aufzugeben Hilfe geben bedeutet, die Hand von jemandem zu halten und ihm zu zeigen, was zu tun ist Gute Unterweisung und Vorbilder sind notwendig, um der schwachen Person zu helfen Ich möchte dir erzählen und zeigen, wie Veränderung sich für dich auswirken kann Seien Sie langmütig Wahre Liebe ist beständig Wir sind dazu aufgerufen, nachsichtig mit den Unordentlichen, Kleinmütigen und Schwachen zu sein Das bedeutet, dass wir einander ermahnen, ermutigen und helfen müssen Und das auf sehr, sehr lange Zeit Veränderung in uns oder anderen erfolgt nicht über Nacht Meistens ist es ein langsamer, fortschreitender Prozess mit vielen Höhen und Tiefen Mit wem stehen Sie im Konflikt? Waren Sie jemals versucht zu sagen Ich habe so viel unternommen und nichts hat sich geändert? Dann tun Sie diese Dinge weiterhin Wenn die Person sich aufgrund von Hartherzigkeit und eindeutiger Ablehnung der Wahrheit nicht geändert hat Wird es angebracht sein, dass die Gemeinde Ihnen und der anderen Person behilflich ist Aber auch dies muss mit großer Sorgfalt und Liebe getan werden Entscheiden Sie sich gegen Rache Liebe entscheidet sich gegen Rache und übt Vergebung In Konfliktsituationen ist es eine große Versuchung, die Hoffnung schrittweise aufzugeben und selbstgerecht und wütend auf die andere Person zu werden Wir sind dazu aufgerufen, diese Versuchung zurückzuweisen und denjenigen, die im Konflikt mit uns stehen, Gutes zu tun Anbetung Wie ist all dies möglich? Paulus schließt den Kreis für uns in 1. Thessalonicher 5, die Verse 16-18 Dies ist ein Aufruf zur Neuorientierung auf das erste Gebot Weil wir immer wieder durch gottlose, vorherrschende Wünsche versucht werden ist es wichtig, dass unsere Anbetung Gottes regelmäßig geschieht Dies schließt förmliche Anbetung sowie Anbetung als Lebensstil Das ganze Leben, jeden Moment, jeden Tag, allumfassend mit ein Ich muss von der Gnade Christi eingenommen sein bevor ich mich auf einen gottesfürchtigen Konflikt einlasse Dies wird zu Freude, spontanem und beharrlichem Gebet und einer Befähigung unter allen Umständen zu danken, führen sogar für den Umstand des Konflikts Frage Nummer 4 Wie wird es aussehen, die Person, die mit mir im Konflikt steht, mit Bedacht zu lieben? Werde ich verwarnen, ermutigen oder helfen? Schritt Nummer 5 Wenn Sie aus dem, was wir beschrieben haben, keinen konkreten Plan entwerfen verpassen Sie möglicherweise den wichtigsten Punkt eines gottesfürchtigen Konfliktes nämlich aus ihm mit einer neuen Art und Weise miteinander in Beziehung zu treten hervorzugehen und die Weichen für ein neues Vertrauen und Stabilität in der Beziehung zu stellen Hier sind einige konkrete Maßnahmen Verstehen Sie das Problem? Es ist für beide Parteien wichtig, dem Problem einen Namen zu geben Das kann bereits größere Klarheit und Hilfe bringen Möglicherweise ist mehr als ein Problem vorhanden Daher ist es wichtig, sich um ein Problem nach dem anderen zu kümmern Selbstprüfung Beschäftigen Sie sich mit den Fragen Wenn die Beziehung es verkraften kann, möchten Sie dies vielleicht gemeinsam tun Erbitten und gewähren Sie Vergebung Gestehen Sie Ihre Sünde ein und bitten Sie um Vergebung Wenn die andere Person um Vergebung bittet, seien Sie gewillt, sie zu gewähren Überprüfen Sie mögliche Lösungen Diskutieren Sie mögliche Alternativen und Lösungen für das Problem Nennen Sie einige und wählen Sie eine aus Setzen Sie eine Lösung um Diskutieren Sie, wie Sie beabsichtigen, die Lösung anzuwenden Wann werden Sie anfangen? Welche Verpflichtungen wird jede Person haben? Legen Sie einen Zeitpunkt fest, um sich nochmals zu treffen, um zu beurteilen, wie die Lösung funktioniert oder nicht funktioniert hat Auswertung Bewerten Sie, wie Ihr Plan funktioniert hat Wenn er nicht erfolgreich war, fragen Sie warum Wenn doch, verpflichten Sie sich, weiterhin zu wachsen Einigen Sie sich, Hilfe von außen zu honen, falls nötig Wenn Sie mehrere Versuche unternommen haben, den Konflikt zu lösen Seien Sie offen und bereit, Hilfe von außen zu suchen Dies sollte ein reifer Christ sein, der das Vertrauen beider Parteien genießt Konflikte machen selten Spaß Aber ein gottesfürchtiger Konflikt kann für uns und in denen, die mit uns im Konflikt stehen, eine große Hilfe sein Werfen Sie sich auf Christi Baumherzigkeit und Gnade Bitten Sie ihn, sie zu einem demütigeren und weiseren Christen zu machen Während Sie andere inmitten eines Konfliktes leben Tun Sie auf jeden Fall alles in Ihrer Macht stehende Um sich davor zu hüten Sich der Menschen zu entledigen Die Sie am meisten brauchen Die Sie am meisten brauchen